hallo freunde und herzlich willkommen zu diesem video im moment befinde ich mich gerade im einsatzfahrzeug der firma hitax bin auf dem weg nach hamburg zur chemotherapie am steuersitz der gute tom der nicht mit aufs video möchte weil seine frisur heute nicht so gut aussieht ich bin jetzt gerade auf dem weg zur chemotherapie und habe mir überlegt dass ich euch mal mitnehme es gibt so ein bisschen eine geheime mission denn ich weiß gar nicht ob man da überhaupt filmen darf oder nicht deswegen wird das ganze mit versteckter kamera ablaufen aber ich dachte mir viele leute wissen was der chemotherapie ist aber wissen im prinzip gar nicht wie sowas abläuft und deshalb würde ich euch gerne mitnehmen und wünsche euch viel spaß dabei so ich bin jetzt oben jetzt eine nummer gezogen in der abgebild an der anmeldung und das läuft das ganze so ab dass ich warte bis ich zur blutabnahme aufgerufen werde dann wird da mein blut entnommen das ganze geht dann ins labor und wenn die laborergebnisse da sind dann werde ich zum arzt reingerufen das kann natürlich jetzt nicht mit filmen und wenn der arzt dann das ok gibt nach dem arzt gespräch werden die medikamente freigegeben da muss ich mich im prinzip wie auch so ein zahnarzt stuhl setze ich mich dann und bekomme dann per tropf die die einzelnen medikationen und ja jetzt gehe ich jetzt mal zurück ins warte zimmer und warte bis ich aufgerufen werde so der zugang liegt mittlerweile hat auch diesmal beim ersten mal geklappt manchmal ist das ein bisschen schwierig weil aufgrund der dauer der chemo meine wenen schon sehr verhärtet sind und dann ist es ab und zu etwas schwierig bei mir einen zugang zu bekommen hat aber heute super funktioniert danach geht es rein zum arzt das arzt gespräch lief auch relativ gut die werte sind alle im grünen bereich sag ich mal auch die nierenwerte sind soweit stabil da muss es müssen wir immer darauf achten weil man den nieren ja aufgrund der erkrankung einen schaden genommen haben das ganze hier ist mein platz für die nächsten stunden hier werde ich mir das gleich gemütlich machen da sieht man schon das heft das ist mein heft für die konzept studie da trägt die schwester gleich noch ihre daten ein die sie hier gesammelt hat von mir und dann werde ich die nächsten stunden auf diesem stuhl verbringen wir haben es mittlerweile 16 uhr und die behandlung ist durch ich bekomme zusätzlich noch so eine allergie spritze das die nebenwirkung dass sie mich sehr müde macht deswegen schlafe ich meistens die komplette behandlung also bis die tröpfe durch sind mache ich da eigentlich eine ziemlich ruhige kugel ich fühle mich jetzt ein bisschen zermatscht und mache ich jetzt auf dem weg wieder zum taxi und dann geht es nach hause ja jetzt geht es auf den rückweg der tom der fummelt sich hier gerade durch den hamburger feierabend verkehr wir fahren jetzt noch zweieinhalb stunden ich merke jetzt schon so langsam bis mir immer schlechter geht und wahrscheinlich liege ich morgen flach ich habe zusätzlich zur chemo noch mal das medikament zu meter bekommen das stärkt den knochenaufbau gerade bei meiner krankheitsgeschichte und mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht zu erzählen ich freue mich auf zu hause ich freue mich auf was zu essen und dann auch ein bisschen schlafen bei dieser studien chemo die ich bekomme ist es nicht so dass mir dauerhaft übel ist es eher so dass ich mich richtig aufs essen freue ich hoffe euch hat das spaß gemacht mal zuzugucken oder es war interessant für euch mal zuzuschauen wie das ganze so abläuft so viel videomaterial konnte ich natürlich nicht zusammentragen ich hatte das noch mit meinem pfleger ein bisschen abgesprochen deswegen gab es aber auch nicht allzu viel zu filmen weil es durfte kein anderer mit drauf aber trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen tag bleibt gesund bis zum nächsten mal